Die Ad-Hoc-Entwicklung gehört zum Bibliotheksmodul und hat vor allem die Aufgabe, schnell und bei vielen Fotos gleichzeitig stark auffallende Bildmängel vorläufig zu beheben. Diese Methode funktioniert sehr schnell und hat den Vorteil, dass Sie für diese Aufgaben nicht in das Entwicklermodul wechseln müssen. Als letztes interessantes Feature im Bibliotheksmodul möchte ich Ihnen noch die Ad-Hoc-Entwicklung vorstellen. Das ist im Prinzip eine Art Vorwegnahme des Entwicklermoduls, die allerdings sehr schnell geht und die vor allen Dingen den Vorteil hat, dass man dazu eben nicht ins Entwicklermodul wechseln muss, sondern dass das einfach sehr schnell geht. Und das dient natürlich in erster Linie solchen Fällen, wie man zum Beispiel sagt, okay, diese Bilder sind zum Beispiel alle ein bisschen dunkel. Nehmen wir mal hier mit einem Klick dieses erste Bild und dann nehmen wir hier das letzte Bild. Das ist die ganze Reihe und insgesamt sind die zu dunkel. Man sieht jetzt hier auch das Histogramm, also die Verteilung der Helligkeitswerte und jetzt kann man hier mal schnell zum Beispiel die Belichtung um zwei Blenden raufdrehen und sofort sieht man, wie die Bilder alle upgedatet werden. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Nehmen wir mal eine weg. So schaut das jetzt aus und dann schauen die einfach ein bisschen besser aus. Der Vorteil bei dieser Ad-Hoc-Entwicklung ist vor allen Dingen derjenige, dass man bei vielen Bildern sofort gleichzeitig das Gleiche machen kann. Das geht beim Entwicklermodul nicht sofort, sondern dort wird immer erst ein Bild bearbeitet und dann wird werden die anderen mitmarkierten Bilder, also hier jetzt zum Beispiel würde ich dieses Bild bearbeiten und die anderen, die mitmarkiert werden, die werden dort dann einfach über den Befehl Einstellungen synchronisieren. Erst wirklich upgedatet und das ist hier jetzt der Vorteil, dass das mit allen auf einen Aufwasch geht. Und deswegen sind auch hier nur die wichtigsten Features zu verzeichnen. Man kann das aufklappen, dann gibt es ein paar mehr und Sie sehen also jetzt hier, dass man die Belichtung, Wiederherstellung und so weiter, Helligkeit, Kontrast kurz mal vorbearbeiten kann. Das ist im Prinzip so eine Art vorläufige Verbesserung des Ganzen. Man kann also hier zum Beispiel auch einen Weißabgleich zum Beispiel vorher mal ein bisschen regeln, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das sind zum Beispiel jetzt hier Bilder, die hier, die sind zum Beispiel sehr stark verdächtig, dass sie mit Neonröhren, Neonlicht aufgenommen sind. Dann gehe ich mal hier auf Leuchtstoffröhrenlicht und das schaut doch schon ein bisschen besser aus. Und diese Sachen kann ich also hier pauschal jetzt einfach sofort auf ein Bild anwenden und das geht sehr schnell. Und ich persönlich gebrauche es meistens nur in dieser Gitteransicht, sobald ich die Sachen ein bisschen größer anschaue, dann habe ich mich verklickt mit einem Doppelklick hier drauf. Das schaue ich mir dann eh meistens schon in der Entwicklungsansicht an, weil da kann ich sofort beginnen, das Ganze zu bearbeiten. Also hier sehen Sie, dass das eigentlich recht gut funktioniert und mit der Taste G gehe ich jetzt wieder zurück. Also das heißt hier praktisch mal so ganz augenfällige Fehler kann man hier zumindest mal so grob ankorrigieren, sage ich jetzt mal. Und der Vorteil ist aber vor allen Dingen, auch wenn ich zum Beispiel eine ganze Reihe von ziemlich dunklen Bildern habe, dann kann ich mal sagen, okay, ich mache die zumindest mal erstmal so hell, dass ich sie überhaupt beurteilen kann. Und dann gucke ich mal, ob das dann alles noch passt. Also zum Beispiel jetzt zum Beispiel die drei, die sind mir einfach zu dunkel, da erkenne ich nicht so richtig viel drauf, dann mache ich mal die Belichtung eine Blende rauf, dann funktioniert das ganz gut. Die Schritte sind hier so, also bei der Belichtung ist einfach der Doppelfeil ist eine Blende und hier ist es jeweils eine Drittelblende. Es wird dann bei jedem Button auch angezeigt, was er jetzt wirklich bewirkt. Bei den meisten ist es im Prinzip, das ist eigentlich so ein Einer-Schritt und das ist jeweils ein Drittel davon. Bei der Belichtung sind es dann wirklich Blenden, bei den anderen sind es natürlich nur relative Werte. Also hier können wir im Prinzip einfach mal, bevor wir dann wirklich ans Entwickeln gehen, mal schnell was korrigieren. Also in erster Linie dient es einfach dazu, zum Beispiel mal dunkle Bilder einfach sichtbar zu machen, dass man die beurteilen kann. Und mehr ist da noch nicht drin, weil das Ganze einfach natürlich dann später im Entwicklmodul stattfindet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020